Gleich eine Minute Comedy mit Bacchesto. Willkommen zu einer weiteren Folge Comedy mit Bacchesto. Ich erkläre hiermit, dass ich mit dieser Aufnahme nicht aufgeschritten bin. Okay, ich zensier dich. Sie passiert widerrechtlich. Sie passiert widerrechtlich. Ich bin nicht gefilmt. Ich will nicht gefilmt werden. Das sollen die Leute nicht sehen. Bia, du lädst das hoch. Bia, du lädst das hoch. Ich schwöre, ich schlag dich, wenn du das hoch lädst. Wie jedes Mal, wenn du mich hoch lädst, einen Schlag. Guck mal, Luminin will mir E-Zigaretten für 4 Euro das Stück verkaufen. Wollen Sie das? Zum Rauchen, ja. Jo Leute, heute reviewen wir die Pizza von Chau Chau, Franco Chau Chau, bekannt aus der Fernsehserie Kabel 1 Kochtausch. Mein Lokal, dein Lokal. Mein Lokal, dein Lokal. Ich gebe die Kamera an jemanden, der schwul ist. Ich habe die Kamera nicht genommen. Ich habe die Kamera nicht genommen. Und die Pizza hier, das kann ich schon mal sagen, die hält auf jeden Fall was sie verspricht. Das ist so ziemlich der Goldstandard. Ihr kennt die Regel, 1 Byte. Das echte Stück will ich ja nicht filmen, aber filmst du bitte im Original. 1 zu 1. Ich bin ja nicht freuen. Maxi. 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 Das ist eine 9,5 von 10. Eindeutig, Digga. 8 8 9 7 Vielen Dank.